Musik Gesundheit, danke, Entschuldigung. Das ist sie, die nächste Folge vom Feel Good Podcast. Also es ist eigentlich nur die neueste Folge, bis die nächste rauskommt. Und je nachdem hört jemand das, wenn es schon nicht mehr die neueste ist. Also ist es anfangen, die Folge vom 15. März 2024. Es ist gerade, was ist jetzt da? Kurz nach den drei am Nachmittag. Und ich bin in meinem Hotelzimmer in Berlin. Berlin-Zerdin. Und ich habe es perfekt gereicht. Da bin ich draussen gesehen, wo schön Wetter war. Und jetzt kommt es jetzt, glaube ich, gerade regnen. Somit habe ich den Wettertalk hinter mir. Man muss ja auch mit Smalltalk in einem Podcast anfangen. Es ist ganz wichtig, dass man zuerst einmal so ein bisschen mit lockeren Themen anfängt. Und dann nachher richtig deep reingeht. Das hat sich falsch angehört. Egal. Das ist eine Solo-Folge. Und zwar, weil es wirklich nicht anders möglich war, die letzten Wochen. Wir haben alles versucht, dass wir irgendwie noch mit einem Gast oder einer Gästin voraufzeichnen können. Damit heute Erfolg kommt. Wie halt immer. Aber es ist jetzt wirklich nicht möglich gewesen. Darum erzähle ich wieder mal ein bisschen Solo aus meinem unglaublich spannenden Leben. So spannend, dass ich es in einem Handy erzähle. Und an dieser Stelle auch eine Entschuldigung. Ich habe nicht einmal mein Mikrofon mitgenommen. Ich habe sonst so ein kleines Mikrofonchen, wo ich da noch irgendwie ans Handy anstecke, damit es ein bisschen mehr nach Studio tönt. Das habe ich jetzt nicht. Aber ich habe vorher lange getestet, wie habe ich das Handy am besten, damit es einigermassen in Ordnung tönt. Und ich habe gemerkt, so ganz unnatürlich, so richtig flach muss ich vorne hineinreden. Nicht so, nicht so, sondern so. Und ja, ich bin in Berlin, spiele jeden Tag Quatsch Comedy Club, was immer sehr Spass macht. Und habe vorher eine unglaublich grösige Currywurst gegessen. Und dass ich unglaublich gröslich sah, hatte ich nicht erwartet. Weil ich bin ja so ein kleiner Foodie, obwohl es ein ganz schlimmes Wort ist. Und vor allem in der Schweiz ist Foodie vielleicht nicht der beste Begriff, um zu sagen, dass man gerne Essen hat. Vor allem nicht zu anderen Leuten. Du bist doch also ein Foodie. Sondern, ja, ich bin, was wollen wir sagen, Gourmand. Das klingt doch schlimmer. Egal. Also, ich habe gerne Essen. Und ich habe gesehen, dass es nicht weit von meinem Hotel Currywurst-Bude gibt, wo in so einem Traveler's, was weiss ich, Digest, auch komisch, wenn es um Essen geht, Digest, egal. Dass dort, die Bude, irgendwie in den Top 100 Imbiss von, ich weiss doch nicht, Europa, Waldwirt, Berlin, vielleicht auch nur von dieser Ecke in Berlin. Und die haben Currywurst. Die haben Bio-Currywurst. Und da habe ich gefunden, das gönne ich mir jetzt. Und die haben schlachter gesehen, als, ich glaube, so ziemlich jede Currywurst, die ich jemals gegessen habe. Wirklich, wirklich schlimm. Und ich finde, die Deutschen machen auch richtig schlachtes Marketing, was das anbelangt. Weil, klar, wenn man das nicht essen will, absolut frei. So als Disclaimer. Und völlig verständlich. Ich persönlich habe sehr gerne Currywurst. Und in der Schweiz ist eine Wurst auf der Wurst. Und in Deutschland ist eine Wurst mit Darm oder ohne Darm. Und das ist ja einfach dort, wo die Wurst, das Wurstinnere, dinnen ist. Das wird ja in den Darm gefüllt. Und das weiss ja eigentlich jeder Mensch. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann wissen es die paar Leute, die diesen Podcast hören, spätestens jetzt. Und in Deutschland fragen sie dann, Currywurst mit Darm oder ohne Darm? Und man fühlt sich gerade ein bisschen grusig, wenn man dann sagt, mit Darm. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Genauso wie Salamis, wo sie dann irgendwie mit Edelschimmel Luft getrocknet. Oder irgendwie so. Das sind alles die falschen Wörter für eigentlich gute Sachen. Aber vielleicht ist das so, wie bei Zigaretten, so die Abschreckbilder. Vielleicht ist das auch gesetzlich so, dass man irgendwie noch grusige Wörter sagen muss, bei Fleischprodukten, damit sie weniger konsumiert werden. Kann natürlich sein. Wer weiss. Und auf jeden Fall bin ich jetzt hier in Berlin. Und Berlin ist ja lang, lang eine Stadt gewesen, wo ich so mit wirklich, mit grosser Inbrunst und Liebe gehasst habe. Ich habe es richtig schlimm gefunden, früher. Und jetzt, wo ich wieder da bin, muss ich sagen, nein, ich finde es eigentlich recht in Ordnung. Und da habe ich gemerkt, das ist wahrscheinlich der Klassiker von es ist nicht die Stadt das Problem, sondern du bist das Problem. Und mir geht es deutlich besser, als noch vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, hier zu spielen. Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Auf einmal ist dann auch die Stadt nicht mehr so schlimm. weil es geht einem selber ja besser. Habe ich sogar gehabt mit meiner Heimatstadt, mit Basel. So Anfang 20 habe ich Basel ganz schlimm gefunden. Und dann habe ich dann auch gemerkt, das ist nicht die Stadt das Problem, sondern du bist das Problem. Und die Stadt ist Projektionsfläche für die Probleme. Habe ich da jetzt eben ein bisschen gehabt. Auf jeden Fall, bin ich jetzt da gestern schon gespielt, heute, morgen zwei und am Sonntag und am Montag gehe ich dann zurück und dann habe ich so zum ersten Mal ein bisschen Pause vom ganzen Getouren und Gespielen von der letzten Woche. Weil es ist jetzt wirklich sehr intensiv gewesen. Angefangen mit dem Solo in St. Gallen. Das war irgendwie Ende Februar gewesen, Mittwoch. Und das ist organisatorisch, ist das ein bisschen schwerer gewesen. Wenn ich Solo spiele, muss ich mit dem Auto gehen, weil ich zu viel Material habe, das kriege ich nicht in einem Zug, zumindest nicht allein. Und dann bin ich mit dem Auto gegangen, habe dann eigentlich gedacht, ich kann das Auto so auf dem Heimweg in Zürich stehen lassen, auf Basel, weil ich am nächsten Morgen mit dem Zug von Basel auf Hamburg muss. Jetzt ist das zeitlich aber nicht aufgegangen, ich wäre dann nicht mehr vor Zürich auf Basel gekommen, ich hatte kein Zug mehr, also ich musste ein Auto auf Basel nehmen. Und das hat meine Planung ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich bin danach auf Hamburg, habe dort Quatsch Comedy Club gespielt, gehört mir auch ein bisschen in der letzten Folge mit Frank Richter, wo ich, dort haben wir es ein bisschen vom Quatsch Comedy Club Hamburg und dem Schiff und so. Dann spiele ich dort ein paar Tage, habe wie so eine Art Off-Tag am Sonntag, wo ich dann das Hotel um eine Nacht verlängert habe, weil ich am Montag dann noch in Berlin bei einer Show zu oben auftreten bin. Das ist organisatorisch ein bisschen schwierig gewesen, weil die Idee war eigentlich und ich sehe, dass die Shows, die ich jetzt im Quatsch spiele, dass die zeitgleich sind wie dann die Show in den Wühlmäuse, so heisst das andere Theater. Super langweilig, sorry. Auf jeden Fall hat nicht ganz so geklappt, wie plant. Und dann habe ich am Dienstag von Berlin auf Zürich fliegen. Jetzt habe ich aber nicht nur auf Zürich fliegen und dann nachher in Zürich Solo spielen, sondern ich habe auf Zürich fliegen, auf Basel fahren mit dem Zug, in Basel mein Auto holen und mit dem zurück auf Zürich. Also schon mal ein bisschen stressiger als gedacht. Jetzt ist der ist aber noch dazugekommen, dass auf dem Weg zum Flurkafen in Berlin auf der Autobahn in einem Taxidienstauto der Reifen platzt ist. Der Reifen ist platzt, wir mussten rechts anfahren, in Berlin auf der Autobahn sind die Pannenstreifen etwa halb so breit wie in der Schweiz. In der Schweiz, wenn ich mit dem Auto auf der Autobahn bin und ich bin auf der rechten Spur und auf dem Pannenstreifen rechts ist ein anderes Auto, das dort steht, denke ich immer so, fahre noch zwei Meter weiter rechts, du bist immer noch sehr weit entfernt von dem Auto. In Berlin ist es so, ich habe gewusst, wenn ich die Türen aufmache, dann ist sie weg, weil ein Rase Lastwagen mit 80 bis 100 Sachen aber wirklich direkt so neben dir durch, also es ist so, da hat nicht viel Platz, da hat keinen Fussball Platz, somit auch keinen Kopf, somit auch keine Autotüre, es ist sehr eng und wir stehen dort und ich habe keine Ahnung was passiert, ich bin noch nicht mega gestresst, weil ich eigentlich alles gut geplant hatte, ich habe gedacht, ich nehme diesen Flug, wenn es nicht klappt, mit dem aus irgendeinem Grund, wie zum Beispiel wenn ein Reifen platzt auf der Autobahn, habe ich noch einen Flug danach, der immer noch reicht, selbst wenn ich sogar ein Auto in Basel noch holen muss. Dann schaue ich auf der App und merke, der Flug danach gibt es nicht mehr, der ist ausgebucht, weg. Dann habe ich etwas Panik bekommen, weil ich gewusst habe, in Zürich spiele ich Solo, über 200 Leute, eine mega geile Show übrigens, danke allen, die gekommen sind, hat es sehr sehr Spass gemacht. Und ich habe etwas Krise schieben. Dann frage ich den Fahrer was ist der Plan? Ich probiere den Reifen wieder aufzupumpen, um zur nächsten Tankstelle zu fahren, wo ich den Reifen wechsle. Auf dem Pannenstreifen nicht genug Platz. Wenn du den Reifen wechselst, dann kannst du auch eine Lebensversicherung einlösen. aufzupumpen, so in dem Stil. Und habe ich ihm gesagt, ich glaube nicht, dass du den Reifen aufpumpen kannst, weil er platzt. Da gibt es nicht mehr viel zu machen, weil es ist wirklich so ein bisschen anderes Geräusch, aber es hat wirklich ein klar spürbares, hörbares Platzen vom Reifen und nachher hat es klingt wie ein Traktor. Und dann sagt er ja, okay. Ich muss jetzt gleich da raus fahren. Dann ist er mit 20 kmh, ist auf der rechten Spur, also auf dem Pannenstreifen, ist er noch durch Tunnel bis zur nächsten Ausfahrt. Dort habe ich dann gesagt, ich habe keine Zeit mehr, ich muss jetzt ein neues Taxi bestellen. Ich habe das gemacht, bin mit dem neuen Taxi an Flughafen in Berlin und wirklich last call, ich bin ans Gate gerannt, nachdem ich noch 40 Minuten Security hatte, habe es knapp auf den Flieger gearbeitet und habe dann die Show in Zürich spielen. So, danach hatten wir die Show in Zürich und zwei Live-Podcasts Matteo und ich in Basel, an der Spring Basel, so eine Besuchermasse. Und das war eigentlich mal die Idee gewesen, dass dann die auf diesem Channel, sozusagen, auf diesem Podcast Channel, vom Feelgood Podcast, dass die hier ausgestrahlt werden, die Aufzeichnungen von dem. Jetzt habe ich die angeschaut und gelöst und ich bin jetzt mir noch nicht ganz sicher, ob ich euch das will geben. Ob ihr das könnt hören oder nicht, weil man hört irgendwie kein Publikum, sondern es ist halt wirklich der Live Feed von unserem Mikrofon, das hat kein Ambi Mikrofon, sozusagen. Und die Videoqualität ist jetzt auch nicht überragend, darum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht mache ich es mal als Special unter der Woche, aber nicht als normale Folge. Darum denke ich, dich lieber aus dem Hotelzimmer von Berlin euch Sachen erzählen, anstatt die hochzuladen. Aber sehr, sehr lustig gesehen, den ersten Podcast hatten wir ja, einfach den alten Show-Profi, weil er einfach genau weiss, was es braucht, was man muss sagen, wie man es sagen muss, dass das unterhaltend ist. Nach wie vor ein richtig geiles Such. Und als zweite Folge hatten wir Nadja Chudhardt und das war auch sehr lustig. Und darum, die Folgen nehmen wir hin, vielleicht posten sie mal noch posten, jetzt gerade bin ich noch nicht so weit. Das sage ich jetzt einmal. Aber das haben wir gehabt, danach hatte ich ähm nicht ich, sondern Frank Richter eine Premiere von seinem neuesten Solo-Programm «Alles auf schwarz», das ich Regime machen durfte. Und am Freitag dann Solo in «Gelder Kinder», was auch der absolute Knaller war. Vielen Dank euch allen, die dort kamen. sind, hat es sehr, sehr Spass gemacht. Und dann haben wir vom Verein «Comedy in Balz» Abschiedsessen gehabt. Das war auch sehr lustig. Früher haben wir immer so Weihnachtsessen gemacht, auch immer so März, April, vielleicht zu einer Zeit. Jetzt gibt es «Comedy in Balz» an sich nicht mehr. Es gibt das Open-Mic von Matteo jeden Mittwoch, falls ihr noch nie gesehen sind aus der Region, gehen dort unbedingt mal vorbei. Sehr coole Sache. Aber es gibt nicht mehr Mixed-Shows oder Soloshows, wie wir es früher veranstaltet haben. Und darum habe ich gefunden, für alle Leute, die etwas zu tun hatten, machen wir mal so ein Abschieds-Essen. Dann haben wir das gemacht und am Sonntag habe ich dann tatsächlich frei gehabt. Freitag mit der Freundin, wunderschön gesehen. Und dann ist es schon weitergegangen. Dann habe ich diese Woche am Montag auf Wien müssen für eine Drei, so eine Fernsehsendung, ein Pilot von einer Fernsehsendung. Also vielleicht kommt es irgendwann irgendwann, vielleicht es auch nie. Aber für das musste ich auf Wien. Ich musste den Zug nehmen, was ich ja eigentlich okay finde und auch gerne mache. In diesem Fall war es ein bisschen sehr anstrengend, weil noch irgendjemand hat das Gleis anarbeitet und darum war der Zug zweieinhalb Stunden mehr unterwegs als geplant. Und weil ich von Basel auf Zürich bin, von Zürich dann auf Wien alles mit dem Zug, bin ich an diesem Tag elf Stunden im Zug gewesen. Und das ist schon ein bisschen lang. So, dann am Dienstag dreht und der Plan war, dass ich am Mittwoch in Wien noch einen Freitag habe, extra dort ein Zimmer verlängert und am Donnerstag, also gestern, von Wien auf Berlin fahre für Quatsch-Comedy-Club. Und jetzt streiken sie oder handgestreikt, ich weiss nicht genau. Und more power to mich finde gut, wenn Leute streiken und sich einsetzen für das, was sie wollen. ist halt einfach ein bisschen organisatorisch schwierig. Und ich denke immer so, die, die streiken, die können das machen, weil die Leute braucht es auch wirklich. Ich denke immer so, was bringt es, wenn wir in der Comedy-Szene, wenn wir sagen, wir streiken, dann sind alle so, okay, dann gehen wir halt ins Kino oder schauen einen Film oder schauen Comedy auf Netflix. Egal. Aber beim Transportwesen sind streiken natürlich schon mit deutlichen Auswirkungen spürbar. Darum musste ich den Flug vorverschieben, was zum Glück geklappt hat. Also bin ich schon am Mittwoch auf Berlin geflogen. Dann hat aber das Hotel, wo ich normalerweise bin, kein Zimmer mehr gehabt. Dann haben sie irgendwie eine Stunde gebraucht, dann haben sie doch eins gehabt. Dann haben sie mich ohne Aufpreis in die Suiten upgradet. Und da habe ich gedacht, hey, now I'm at the top of the world. Und dann bin ich in die Suiten und habe gemerkt, aha, das ist ja deutlich weniger geil als auf einem normalen Zimmer. So richtig kalt und unpersönlich. Und dann habe ich zügeln und jetzt bin ich da in diesem Zimmer und jetzt ist eigentlich alles in Ordnung. So, warum habe ich euch das alles erzählt? Keine Ahnung. Aber ich habe gedacht, ich melde mich mal und von meinem strengen Tagespensum ein bisschen abweichen. Ich bin momentan jetzt in dieser Woche, wenn ich Zeit hatte, habe ich Sachen geschaut auf Apple TV+. Keine Ahnung, wo mich ich habe von all diesen Streamern Abos und dann merke ich, ich habe sicher drei Monate nichts auf diesem Streamer geschaut. Eigentlich müsste man ja einfach so sagen, ich löse jetzt für einen Monat ein Abo bei Netflix und dann schaue ich alles auf Netflix, was ich will sehen. Dann lösch ich das Abo wieder und kündigen. Und dann mache ich ein Abo bei Apple TV+. Zum Beispiel. Dann schaue ich einen Monat lang dort alles. Und dann kündige ich das, dann mache ich es bei Amazon, was auch immer, was man halt alles als Streamer will sehen. Disney und so weiter und so fort. Aber nein, man hat irgendwie alle, man schaut irgendwie nichts. Und dann bin ich auf dem Apple TV+. Und dann habe ich gefunden, jetzt schaue ich halt mal alles da. Und dann habe ich angefangen mit Hijack mit Idris Elba, wie ich würde sagen, oder wie meine Mutter würde sagen, oder Idris Elba, ein von der schönsten Männer auf Erde. Und ja, das würde ich nicht ganz unterschreiben, aber ich bin schon sehr fern von dem. Finde ich einen coolen Typ. Das heisst, eigentlich schaue ich alles, was da vorkommt. Und am meisten gefällt es mir, wenn er nicht viel reden muss, sondern einfach ein bisschen rumschauen und vielleicht ab und zu noch jemand meins in die Fresse hauen. So. Dann bin ich so etwas verbedient. und in dem Fall sitzt er halt in einem Flugzeug und das wird entführt. Also, ich bin bedient gesehen. Super geil. Richtig, richtig nice. Dann habe ich das durchgesuchtet und dann habe ich etwas Neues schauen müssen. Und dann habe ich angefangen mit Teheran. Und Teheran ist eine TV-Serie, wo es um eine israelische Mossad-Agentin geht, die im Iran ist. So, das ist so, ich sage jetzt mal, das Grundding. Und ich bin ja gerne einer, der das Zeug in Originalsprache schaut. Das heisst, Originalsprache ist in dem Fall Hebräisch und Farsi. und mein Problem ist, ich halte auf die Untertitel, aber mit der Zeit habe ich jetzt lange, zu merken, was die Unterschiede sind von diesen zwei Sprachen. Weil vielleicht tut das jetzt super racist, dann tut es mir wahnsinnig leid. Ich meine es nicht so, sondern es ist einfach mein absolute dumme Unwissen und meine Ungebildetheit, die zu diesem führt. Also, ich verstand beide Sprachen nicht und darum losse ich auch nicht so fest auf die Sprachen, sondern ich lese mir den Untertitel und ich komme überhaupt nicht daraus zum Teil, weil es ist mit so viel Wechsel die ganze Zeit, es ist so, äh, die Person ist eigentlich äh, irgendwie für die Israelis auf Mission, oh, aber es wechselt, jetzt ist sie doch nicht für die Israelis, sondern es ist für die Iraner und, ah, das ist jetzt aber eigentlich nur ein Fake-Out gesehen, es ist doch für die Israelis, ob die Iraner meinen, es ist für die Iraner, so, und ich komme die ganze Zeit, ich muss so, mit so, keine Ahnung, zwei Folgen verspöten, komme ich so ein bisschen draus, aber es ist spannend, es ist auf jeden Fall spannend und, wie gesagt, ich meine das überhaupt nicht, äh, ich meine das überhaupt nicht racist, sondern, äh, wie gesagt, es ist mein Unwissen und meine Ungebildetheit, was hier beweist, ja, äh, je dümmer man ist, desto rassistischer, oder umgekehrt, je rassistischer man ist, desto dümmer, vielleicht ist das, ja, und jetzt, äh, bin ich gerade so Anfang, zweite Staffel, und jetzt fange ich mich aufregen, und zwar, weil, die Glenn Close ist jetzt auf einmal dabei in der zweiten Staffel und die Glenn Close ist nur dabei, weil sie die Glenn Close ist. Es gibt, in dem ganzen Konstrukt von dieser Serie, gibt es keinen Grund, warum jetzt auf einmal eine, äh, mit einem britischen Akzent auch noch dort ist. Wieso auch immer ist die jetzt in Teheran? Es macht überhaupt keinen Sinn, ausser, es ist von die Glenn Close und die kennt man. Und das machen sie ja noch gern bei Fernsehserien, äh, oder Streamingserien, wie man das jetzt auch immer nennt, dass irgendwie so, eine Staffel hat gut funktioniert, so, hat aber vielleicht noch nicht so die Zahlen erreicht, wo man will, dann holt man noch einen Star dazu, dass es ein bisschen mehr Traktion kriegt, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil die Leute schauen ihr dann von Anfang an, schauen sie alles nach, was ihr dann wieder hilft für die Zahlen. Und jetzt ist ja für dich meine die Glenn Close da, ja, und, äh, es ist, weil sie bekannt ist und, ähm, weil, durch das jetzt auf einmal alle müssen mit ihrer Englisch reden. Das heisst, für mein dumme Hirni, der nicht verstanden hat, äh, was reden sie jetzt, und für was sind sie, ist jetzt auf einmal mein dumme Hirni sehr bedient, weil jetzt reden oft alle Englisch. So. Und der eine Dude, wo kein Wort Englisch geredet hat bis jetzt, redet nur noch Englisch. Er redet jetzt die ganze Zeit Englisch. Ich habe das Gefühl, er redet sogar mit seiner Frau Englisch, obwohl die eigentlich quasi untereinander reden. Also, äh, ich bin so ein bisschen Hirn hergerissen, aber hey, schlussendlich bin ich einfach in einem Hotel, schaue etwas und irgendwann ist die Zeit zum Auftreten. So, das ist so ein bisschen, ich bin so richtig ein Klischee von einem Comedian. Ähm, obwohl ich doch noch rausgegege. Also, ich bin nicht nur im Hotelzimmer, sondern, heute einen schönen Spaziergang gemacht, dann eben die widerliche Currywurst gegessen. Und, ähm, was habe ich? Zwei Flat White, oder wie der Typ an der Bar, an der Espresso Ambulanz, so heisst das Kaffee, ähm, wie der sagt, Fleddy. Ein Fleddy. Und, ähm, darum bin ich vielleicht also ein bisschen in einem Labermodus, äh, voll mit Koffein und, äh, voll mit einer grusigen Currywurst. Und, viel mehr habe ich, glaube, gar nicht zu erzählen. Ähm, aber, ich habe natürlich noch, da muss ich jetzt schnell meinen Laptop führen, äh, ich habe natürlich noch, äh, Nachrichten, oder vielleicht auch noch eine, ich habe mir auf jeden Fall eine rausgenommen, das weiss ich, die habe ich mir extra auf die Seite getan, weil ich gesagt habe, wenn ich das nächste Mal einen Solo-Podcast aufnehme, dann, äh, ich die, äh, den Kommentar, das ist ein YouTube-Komment, aber recht langer, ich auf jeden Fall kommentiere, schaue aber noch schnell, äh, ob es neue Mails gegeben hat. Und zwar, genau, das muss ich auf jeden Fall noch erzählen, äh, riesen, 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 grosses Dankeschön an einen treuen Hörer und auch Zuschauern, weisst du, nämlich in Zürich ist der Solo-Goluege, der Michi heisst er. Und, äh, er hat mir, äh, geschrieben, auf die andere Mail-Adresse zu 150 Folge Feelgood-Podcasts, war noch gut, wenn man den Namen vom eigenen Podcast kann sagen, und zwar, hat er mir, äh, Anfang Januar, hätte er mir geschrieben kann, Hallo Joel, ich höre deinen Podcast seit bald drei Jahren, es war einer der ersten, da kann man schon, Neu-Mails, okay, es war einer der ersten, die ich regelmässig hörte und einer der wenigen, von welchen ich alle verpassten Folgen nachhörte. Du hast immer wieder spannende Gäste und eine wunderbare Art, das Gespräch mit einem oder mehreren Gästen ohne grosse Vorbereitung über mehrere Stunden, Klammere, außer Hausi hat nach dreiviertelstunden schon genug zu führen, finde ich immer wieder grandios. Ich hatte zum 100 Folgen Jubiläum die Idee, dir ein kleines Geschenk zu machen. Aus verschiedenen Gründen hat es aber nicht geklappt und nun, eineinhalb Jahre später, möchte ich mich bei dir für die 150 Folgen deines Feelgood-Podcasts bedanken, der mir manche heitere Momente beschert hat. Das Geschenk besteht aus einem Bild und einem Video. Schau dir zuerst das Video an, anschließend auch das Bild und danach hat er dann auch eine Klage dazu geschickt. So, und jetzt muss ich dazu sagen, das Video und dann auch das Bild, das Bild ist ganz crazy, das Video ist quasi, wie es zu diesem Bild kommt und das Bild ist dann das Anergebnis. Das Bild ist ein Mosaik mit allen Bildern von den Gästen, die in 150 Folgen Feelgood-Podcasts dort gesehen sind und das Mosaik von all diesen Gästen gibt dann als Gesamtbild das Titelbild vom Feelgood-Podcast. Ich werde das diesen Tag, das Weekend irgendwann auf meine Instagram-Story tun. Vielleicht mache ich es auch einfach gerade. Nein, ich mache es nicht gerade nachher. Ich mache es Samstagmittag. Ich schreibe mir das nachher drauf. Samstagmittag poste ich das in meine Story, dass man das mal anschauen kann. wirklich, wirklich geil. Darum vielen Dank, Michi. Er hat es dann auch noch als Poster geschickt. Also wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Und was er dann auch noch geschickt hat, das kann ich dann auch noch hinterher posten. noch als so kleines Zusatzli hätten wir noch eine Bingo-Karte geschickt. Man kann es viel gut Bingo machen. Das kann ich auch posten mit Begriff, wo anscheinend sehr oft in den Podcast fallen. Zum Beispiel Tour, Solo, Bühne, Charlie, Bit, Comedy, Label, Mikrofon, lacht, ganz schlimm bei mir, Peace, sozusagen, das ist übrigens ganz gut, dass du sozusagen rausgehört hast, Michi. Das ist meinem letzten Manager, Danny, das mir auch mal aufgefallen hat. Er hat gesagt, du sagst die ganze Zeit sozusagen. Und dann habe ich es natürlich auch gemerkt. Und danach bin ich in so einen Strudel gekommen von sozusagen, sozusagen und so weiter und so fort. Und ich hatte sogar mal die Idee, das vorletzte Programm hat mal für so ein halbes Jahr als Arbeitstitel hat es geheissen Der Sozusager. Also, das hast du sehr gut rausgehört. Radio ist noch ein, Bäm ist ein, vielen Dank, Basel, Christoph. Also, wenn ihr mal wollt, viel gut Bingo spielen, ähm, die Karte kann ich euch auch noch posten. Darum, danke, Michi, äh, für die schönen Geschenke. Den gesehen, haben wir noch mal eine Mail gekriegt von der, okay, nein. Ich habe es schon reingeklickt und es heisst, dieses Mail muss nicht im Podcast beantwortet oder vorgelesen werden, es gibt nämlich nichts zu beantworten. Es ist ein grosses Dankeschön und darum sage ich Dankeschön für das Dankeschön. Ich lese es nachher noch in Ruhe. Jetzt, dann gehe ich aber noch schnell auf meine YouTube-Comments, weil, dort ist ein Kommentar gesehen, was ich gefunden habe. Den tue ich lieber mündlich beantworten, anstatt irgendwie schriftlich. Und zwar haben wir, wo ist das? Hier haben wir es gefunden. Also, bei der Folge mit dem, äh, Oebel hat jemand geschrieben, wieder mal jemand durch die Podcast kennengelernt. Es lohnt sich einfach drei zu hören, auch wenn man die Person gar noch nicht kennt. Was mich noch wundernimmt bezüglich Kompetenzene und wer schon alles bei dir im Podcast gesehen ist, manchmal zählen dir auf, wer so die grössten in der Schweiz sind und so die verschiedenen Wellen, die es gegeben hat und jetzt immer noch entstehen. Mir ist aufgefallen, dass dann von niemandem Simon Enzler erwähnt wird. Hast du da einfach keinen Kontakt oder kommt er mal noch? Ich habe schon ein bisschen ein anderer Stil, ist halt schon ein bisschen ein anderer Stil als andere, aber ich habe nach dem Emil auf VHS und dann am Fernseh Ursus und Nadeschkin vor allem Enzler, Zuccolini und Spence am meisten geschaut, klammern auch deine Sachen. Das behauptest jetzt einfach, aber sehr lieb. Bis dann die für mich nächste Welle kam mit Vetter Brugger Deville in Guilla und dann landet Mumford Schädler Ivanić Kaiser Gutenrad und viele andere. Also da muss ich sagen, Vetter Brugger Deville und auch Charlie sind noch ein bisschen vor mir. So, Charlie schon gesagt, könnt ihr einmal Strich in der Bingo Karte sind ja praktisch alle bei dir gewesen. Ich fände es übrigens auch cool, wenn der DJ Bobo mal kommen würde. Mach weiter so. Also nach wie vor, ich fände es auch cool, wenn der DJ Bobo kommen würde. Die Einladung ist immer noch draussen und vielleicht klappt es irgendwann, wer weiss. Ich finde die Frage sehr gut und sehr berechtigt und darum habe ich auch im Podcast beantworten. Simon Enzler ist fucking riesig. Er ist ein ganz, ganz grosses Kino. Ich liebe Sachen, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe ihn noch nie live spielen gesehen. Ich habe einmal in Stanz Backstage ihm schnell die Hand geschüttelt, wo irgendwie wir eine Show an einem anderen Ort hatten als er. Aber ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, ihn live zu sehen. und das ist jetzt der Punkt. Ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich glaube, es ist mit vielen so aus der Szene. Simon Enzler ist wie ein eigener Stern in diesem Universum. Und er ist nicht wirklich bei Mixed Shows dabei. Jetzt kommt natürlich die grosse Frage, was ist zuerst das Huhn oder das Ei? Macht er grundsätzlich keine Mixed Shows? Ich weiss es nicht. ich bin davon ausgegangen, bin aber auch noch nie auf die Deko ihn anzufragen, weil ich sowieso nie ihn bei Mixed Shows gesehen habe. Und wie du sagst, macht er ja etwas anderes auf der Bühne. Er ist für mich wirklich ein grossartiger Kabarettist. Und darum sehe ich ihn nicht ganz in dieser Comedy-Welt. Ich finde ihn aber sehr, 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 sehr geil und würde ihn unbedingt mal im Podcast haben. Also wenn ich das herkriege, die Einladung ist jetzt schon mal öffentlich, nicht, dass der Simon Enzel den Podcast wird losen, nehme ich jetzt mal an, aber sie ist schon mal ausgesprochen an dieser Stelle und ich werde ihn auf jeden Fall auch einladen, weil ich nehme an, es ist auch ein sehr spannender Typ, dort, wo wir uns ganz kurz mal Hallo gesagt haben, ist er sehr nett sehr nett gesehen und darum ist das wirklich so ein Klassiker von wenn man nicht auf die Idee kommt, braucht es jemand wie dich, der einen auf die Idee bringt. Weil er ist wirklich nicht ganz in dieser Szene verwurzelt wie andere, weil er etwas Eigenes macht und es auch zu einer anderen Zeit gesehen ist. Ich nehme an, gewisse Leute, die du gesagt hast, wie Zuccolini sicher, Rolf Schmid hat viel mit Simon Enzler gespielt, weiss ich, die haben natürlich nochmal einen anderen Bezug, aber eben so die Generation und Klasse, die ich dort gesehen bin, dort war er schon riesig und hat schon sein absolut eigenes Ding gemacht, was er, glaube ich, schon immer gemacht hat. Aber, wie du merkst, ich bin zu wenig informiert über Simon Enzler und finde darum die Frage berechtigt und nehme die sehr gerne als Anstoss zum hoffentlich einmal in deinem Podcast zu haben und all die Sachen, die ich eben noch nicht weiss, herauszufinden. Also, hoffentlich wird das irgendwann stattfinden. Danke für die Input. Ich werde jetzt dann nachher gerade kommentieren, dass die Antwort hier in deinem Podcast ist. So, jetzt ist, glaube ich, genug der Rede für heute. Ich weiss auch nicht mehr, was zu sagen. Ganz ehrlich. Ich bin auserzählt und muss ja später auch wieder spielen. Das heisst, dort probiere ich dann auch wieder frisch zu sein. Ich danke allen, die bis hierhin gelöst haben. Sie haben eine gute Zeit. Bald gibt es wieder Folgen mit Gästen und zwar schon ab nächsten Freitag. Da sind wir dann so gut wie es geht wieder im richtigen normalen Plan. und falls ihr auch Fragen habt, Bemerkungen könnt ihr jederzeit schreiben, wie zum Beispiel auf YouTube, aber natürlich auch ganz klassisch per Mail. Podcast at joelvonmutzendbecher.ch Ich bin immer noch auf Tour. Wir haben jetzt noch einen Termin in Hoftere. Kommt dort vorbei, wenn ihr irgendjemand in der Nähe seid. Und zwei in Basel. Zusatzvorstellungen Anfang April. Und auch neu drauf, Tockeburg Unterwasser Zeltainer im Juni. Ich weiss nicht wievielte, aber alle dort in der Region kaufen Tickets. Kommt vorbei. Mein aktueller Solo Zero und neue Daten werden bald veröffentlicht. Und mein letzter Solo Standhof gibt es nach wie vor auf YouTube gratis und in voller Länge zu sehen. So, jetzt habe ich wirklich alles gesagt. Macht's gut, bis bald und eine für die Bingo-Karte Peace. Wie auch Solo natürlich, ist auch eine für die Bingo-Karte. Michi hat das gut gemacht, muss ich sagen. Also, macht's gut, bye-bye-bye. Beep, beep.